Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Montag, der 30. Juli 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ihr habt richtig gehört, es ist Montag? Ja. Nicht Sonntag? Nein. Wie sonst immer. Ja. Weil wir gestern spätmittags im Kino waren und bis wir dann zu Hause waren, war es dann einfach zu spät. Genau. Also wir haben die seltene Freude. Mit lieben Freunden ins Kino zu gehen. Genau, mit lieben Freunden ins Kino zu gehen gehabt. Gehabt gegangen. Und ja, deswegen konnten wir jetzt nicht gleich sofort. Podcast macht aber nichts. Wir haben uns natürlich schon ausführlichst drüber unterhalten. Eigentlich sind wir schon durch. Wir waren nur nicht dabei. Wir waren nur nicht dabei. Wir hätten eigentlich ein Mikro mitlaufen lassen sollen. Nein, nein. Wie immer. Eigentlich schon. Wir sollten nicht in meinem Auto ein Mikro mitlaufen. Wir machen das natürlich sehr gerne und vielleicht nutzen die Gelegenheit, um einen Film Revue passieren zu lassen, den wir gestern gesehen haben. Und zwar... Das war Ant-Man and the Wasp. Ganz genau. Oder Ant-Man and the Wasp. And the Wasp. Ganz genau. Das war ein Insider. Das war ein Insider, richtig. Ant-Man and the Wasp ist ja jetzt eine Fortsetzung. Von Ant-Man. Von Ant-Man. Und The Wasp. Genau, der im Juli 2015... Was? Das ist schon drei Jahre her. Ja, schon drei Jahre her. Krass. Ant-Man war seinerzeit der zwölfte Film im MCU, im Marvel Cinematic Universe, Teil der Phase 2, zwischen Avengers Age of Ultron und Captain America Civil War. Da hatte er ja auch dann seinen großen Auftritt. Aha. Genau. Und damals war die Regie auch schon von, wie du dann nachher erwähnen wirst, von Peyton Reed. Und das Drehbuch stammte aber zu größten Teilen von Edgar Wright, zum ersten Teil. Ja, diesmal nicht. Genau. Und der war ja lange Zeit mit dem Projekt verknüpft, war auch seine Idee. Er wollte das machen damals. Dann ist Marvel von Disney gekauft worden oder zu Disney gewandert. Ich weiß nicht genau, wie das lief. Jedenfalls trennte sich dann Edgar Wright von dem Projekt aufgrund kreativer Differenzen, wie man das immer so schön sagt. Und damit war halt für ihn dieses Projekt gestorben. Aber es wird ja noch als Autor quasi in den Credits geführt. Und ja, im Übrigen ist es so, also der Film hatte auch einigermaßen durchschlagenden Erfolg. Also das Budget lag so, ich glaube, irgendwo zwischen 110 und 170 Millionen, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Also Marketing mit eingerechnet, glaube ich, waren es 170 Millionen. Und eingespielt hat er bislang so 520 ungefähr. Und schon eine ganz veritable Einspielsumme. Ja, und interessant ist übrigens auch, dass im Gegensatz zu den Filmen, bist du jetzt der Erklärbär, sind Ant-Man und Wasp im September 1963 Gründungsmitglieder der Avengers in den Comics. Und zwar damals halt in Person von Hank Pym und Janet Van Dyne. Also jetzt nicht die Neuen. Also Vater und Mutter quasi. Genau, also die waren, also in den Comics waren sie Gründungsmitglieder der Avengers. Das haben sie jetzt im Filmuniversum spielt Ant-Man da eine sehr untergeordnete Rolle. Ja, total, vor allem, weil jetzt, wo du das erwähnst, dass die das auch gar nicht im Film erwähnen, dass die zwei halt schon so wichtig waren. Also ich meine, bei den Avengers halt dann zum Beispiel. Aber glaube ich, spielt das überhaupt keine Rolle. Also im Film ist das auch nicht Kanon. Ja, ja. Also waren die beiden auch nicht Gründungsmitglieder, weil die Avengers sind ja erst jetzt im MCU gegründet worden. Ja, klar. Die gab es ja noch nie. Aber ja, es ist halt, es ist komisch, warum sie das so, warum sie diese Figur, ich weiß nicht, haben sie da damals kein Potenzial drin gesehen? Wahrscheinlich. Weil sie haben halt schon ein paar Namen aufgebaut, bevor es zum ersten Avengers kam. Und Thor und Iron Man und Captain America. Aber Ant-Man and the Wasp hat man offensichtlich als nicht würdig erachtet, zum Preise der ursprünglichen Rächer zu gehören, wie es im deutschen Jahr. Früher hieß es ja immer die Rächer. Ich habe nach Comics, da stand die Rächer drauf, statt Avengers wie heute. Ja, soviel zum Vorgänger. Vielleicht magst du ja uns ein paar Fakten zum aktuellen Film erzählen. Ja, also er hat die FSK 12. Ja, das haben eigentlich alle Marvel-Filme. Ja, ausnahmslos, oder? Ja, genau. Also da gibt es auch keinen nach oben. Nach unten? Nein, auch nicht. Auch nicht mehr? Wüsste ich jetzt auch nicht. Laufzeit ist eine Stunde 58. Da haben wir ja die zwei Minuten gefehlt. Habst du einfach nicht mehr gewusst. Aber das können wir jetzt noch schreiben. Egal. Wie schon erwähnt, der Regie-Führte Peyton Reed. Und dadurch, ich weiß ja, dadurch, dass wir keinen Podcast über den ersten Teil gemacht haben, habe ich mir den Herrn natürlich auch nicht so genau angeschaut. Und war dann heute Morgen, als ich Recherche gemacht habe, schon etwas erstaunt, weil dieser Mann hat Ausweg, also so Komödien. Aber solche Komödien, wo du halt, wenn das Wetter scheiße ist, dir dann halt mal Sonntagmittags zu Gemüte führst. Gemüte, genau. Ihr wisst ja alle. Also ich denke mal, bei euch ist es auch sehr warm und irgendwie bretzelt einem das Hirn dann schon langsam weg. So was kann man dann gucken? Ja, und der hat genau solche Filme gemacht, also zum Beispiel der Ja-Saga oder Down with Love mit der Renée Selvega und dem Ewan McGregor. Das ist so, ja, so war ein bisschen eine Hommage an die Doris Day und Rock Hudson Filme. Okay. Das sagt mir gar nichts. Und, aber den kennst du, Girls United. Kenn ich, habe ich auch nicht gesehen. Ja, auch nicht. Also, Ja-Saga habe ich nicht gesehen. Doch, den habe ich gesehen. Down with Love habe ich gesehen. Aber Girls United habe ich nicht gesehen. Und natürlich den Ant-Man. Also da kommt der Mann her. Und hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, das ist ein bisschen eine Steigerung. Ich auch nicht. Würde dann auch wieder manches erklären. Aber dazu später mehr. So, das Drehbuch, wie auch schon erwähnt, sind jetzt andere. Und zwar ist es der Chris McKenna und hauptsächlich der Eric Summers. Ja, mein Schrifthüter. Und die zwei haben zusammen auch geschrieben, den Jumanji, den aktuellen, den Spider-Man Homecoming. Ah, okay. Und The Lego Movie. Das erklärt einiges. Genau. Okay. Und der Paul Rudd hat wohl auch ein bisschen mitgeschrieben. Also, zumindest wird er aufgeführt. Okay. Kamera, den kennt man auch, den Dante Spinoza. Der hat unter anderem, also auch viel mit Michael Mann zusammengearbeitet. Der hat Insider gemacht, der letzte Morikaner, Heat. Mhm. Und, okay, das ist jetzt nicht von Michael Mann, der Herkules, der letzte mit Dwayne The Rock Johnson. Ach Gott. Genau. Also, das ist der Kameramann. So, und dann bin ich eigentlich mit der Crew schon durch. Also, Musik kannte ich nicht. Ja, irgendeinen No-Nim. Ja, genau. Also, der hat bestimmt schon irgendwo verschiedenen, aber das war irgendwie nicht erwähnenswert. So, dann Besetzung. Der Paul Rudd, auch schon im ersten Teil der Ant-Man, aka, also nee, Scott Lang, aka Ant-Man, so rum. Den kennt man ja auch unter anderem aus Trauzeuge gesucht. Mute, das ist ein aktueller Film, der auf Netflix läuft. Der von Duncan Jones ist, ne? Ja, genau, so ein Science-Fiction-Film. Den ich mich nicht getraut habe anzugucken, weil ich Science-Fiction und eigentlich auch Duncan Jones mag, aber viel Schlechtes drüber gehört habe. Ja, viel Schlechtes drüber gelesen. Dann Ant-Man. Klar. Das ist das Ende, der echt gut war. Den haben wir auch zusammen gesehen. Stimmt, der war relativ lustig, ja. Ja, und Dinner für Spinner. Den habe ich noch mit aufgeschrieben. Genau. Dann, äh, die Evangeline Lilly spielt die Hope Fandine, aka The Wasp. The Wasp. Die man vornehmlich, natürlich, wir aus Lost kennt, ne? Wir aus Lost und ihr kennt sie auch noch aus der Hobbit-Trilogie. Ja, zwei Teile hat es mitgespielt. Ja, genau, am zweiten und am dritten. Eine Rolle, die gar nicht in den Büchern stand, aber tatsächlich die… Gut passt. Ja, also ich fand eine der besseren Figuren in diesen Filmen, obwohl sie gar nicht im Buch vorkam, was auch mit der Bände spricht für… Naja, egal, anderes Thema. So, dann die dritte, ja, schon Hauptrolle, kann man schon sagen, das ist der Michael Pena. Der spielt den Lewis und den kennt man von American Hustle, L.A. Crash, End-of-Watch-Shooter. Ant-Man hat er auch mitgespielt beim ersten Teil. Ich glaube, seinen richtigen großen Durchbruch hat er, glaube ich, mit L.A. Crash, würde ich sagen. Da hat er ja diesen Vater gespielt mit dem Mädchen da. Diese herzergreifende Szene. Aber ich, ähm, der spielt jetzt in so einem Netflix-Produktions-Dings-Ding mit, gell? Extinction heißt der. Ja, und bei der vierten Staffel Narcos spielt er auch mit. Ah, okay, die ist ja noch nicht, aber kommt. Ja. So, dann, äh, der Walton Joggins. Goggins. Goggins. Mein Schrift. Spielt den Sunny Butch Bunch. Egal. Egal. Er spielt einen belasten… Und der Schauspieler, das ist jetzt halt einer, der schafft es doch wirklich, mal Rollen zu spielen, die man überhaupt nicht mag. Die du nicht magst. Näh. Genau. Also, ja, also bei Justified, okay, die Serie habe ich nicht gesehen, spielt er mit. The Shield, die habe ich gesehen, komplett. Da hat er auch so einen Unsympathen, glaube ich, gespielt. Und jetzt kommt mein absoluter Hassfilm, The Hateful Eight, das spielt auch mit. Und der heißt ja, deswegen heißt der auch The Hateful Eight. Ja, aber ich glaube, das war halt nicht so geplant, dass der Film extra so heißt, dass ich ihn hassen kann. Oder vielleicht war es doch geplant, man weiß es nicht. Tom Brader, da spielt er auch den Bösewicht. Ja, das weiß ich, haben wir im Trailer gesehen. Ja, hat man im Trailer gesehen. Er hat halt auch so eine durchgeknallten Bösewicht-Fresse, muss man so zu sagen. Ja. Also anders kann man es einfach nicht formulieren. Er hat schon so eine, ja, das stimmt schon, er hat schon so eine, es gibt einfach Leute, die sind abonniert auf solche Rollen, weil sie einfach von den Gesichtszügen her, ja, der gehört dazu. Genau. Und jetzt noch zwei, also drei andere, zwei Wien, jetzt noch zwei aus diesem Team, aus diesem Security-Team oder um Paul Rudd, das ist seine Homies, ist ja der T-I. T-I. T-I, genau. Ist das irgendein Rapper? Das hat man bei IMDb nichts, hat man da nichts rauslesen können. Auf jeden Fall macht er auch schon sehr viel, aber irgendwie alles nichts Bekanntes. T-I klingt nach Rapper. Ja, kann sein. Keine Mutter tauft ihren Sohn T-I. Nee, wahrscheinlich nicht. Höchstens sie will, dass er berühmt wird. Ja. Rapper. Er hat American Gangster da mitgespielt, bei Sleepers. Genau. Und jetzt kommt unser absoluter Liebling, Lieblingsnebendarsteller. Ja, der David, der Smellchen, David, we love you David, der spielt den Kurt und ja, der hat halt echt auch in so sehr, also sehr vielen coolen Filmen mitgespielt. Ant-Man, The Dark Knight, Blade Runner, Twin Peaks in der neuen Serie hat er auch mitgespielt und er ist wirklich, also er hat ja auch so ein fieses Gesicht, aber wir hatten halt das Vergnügen, ihn letztes Jahr auf der Comic-Con in Stuttgart kennenzulernen. Wir haben sogar ein Autogramm auch von ihm und wir sind halt, also er ist halt echt ein toller Mensch, weil wir haben uns ein paar Mal mit ihm auch unterhalten, also wo er auf der Bühne war, hat er halt tolle Geschichten erzählt, wir haben ihn hinter der Bühne, haben wir ihn auch zufertig getroffen, dann haben wir uns ein Autogramm erzählt, er geholt, dann hat er uns auch nochmal Geschichten erzählt, also super netter Typ. Dann folgen wir ihm auf Instagram und da zeigt er halt auch immer sein Familienleben und er hat zwei Kinder und eine wunderschöne Frau und das ist ein ganz toller Mensch und deswegen lieben wir ihn, heiß und innig. Ja, weil es so ein grundsympathischer, vollkommen geerdeter Mensch ist. Ja, absolut. Der, ja, ich sag mal so, übersprudelt vor Dankbarkeit für das, was er machen darf. Und Demut auch. Und Demut, ja genau und er macht halt auch, er spielt so kleine, feine Nebenwollen und wir feiern das immer und wir nehmen das aber auch zum Anlass, das ist vielleicht auch als Hintergrund ganz interessant für, dass seit, also wir waren mit unseren lieben Freunden, mit denen wir jetzt auch Ant-Man and the Wasp angeguckt haben, waren wir damals auf der Comic-Con und die sind Teil des ersten FC David Dastmelchen. Fan-Clubs. Des Fan-Clubs. Und somit haben es uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, alle Filme, wo der David Dastmelchen mitspielt, gemeinsam zu gucken, mal gucken, wie lange wir das durchhalten können. Ja, aber da müssen wir auch Twin Peaks zusammenschauen. Ja, Filme haben wir gesagt. Ach so, Filme, okay, alles klar. So, und dann die Hannah-Joan Kamen spielt die Ava, aka Ghost. Und die kennt man aus Ready Player One, schon wieder Tomb Raider und sie hat auch bei Game of Thrones mitgespielt, aber ich habe, wo ich die Rolle gelesen habe, das hat mir jetzt irgendwie nichts gesagt, also. Aber es gibt ja auch schon sieben Staffeln Game of Thrones, also da gibt es viele, viele kleine Rollen. Und der Lawrence Fishburne. Ja, stimmt. Der spielt auch mit. Der spielt auch mit. Oh mein Gott, und der ist ja gar nicht weiter vorne aufgeführt. Ich habe den Michael Douglas und Michelle Pfeiffer, habe ich jetzt völlig unter den Tisch fallen lassen. Ja, stimmt. Ja, weil das ist ja auch noch, die sind ja auch in den Credits dann ganz zum Schluss so. Ja. Übrigens. Ja, übrigens, genau. Und mit Michael Douglas. Okay, also Lawrence Fishburne kennt ja jeder, der spielt bei einem Mission Impossible hat er jetzt, beim dritten Teil Mission Impossible hat er mitgespielt. Er hat bei Matrix mitgespielt, bei allen Teilen. Er hat. Morpheus. Morpheus, genau. Er hat bei Apocalypse One, war einer seiner ersten Rollen, da war noch ein Jungspund. Er hat bei Hannibal mitgespielt. Bei Hannibal. Bei der TV-Serie. Genau. Das machen wir jetzt alles, das haben wir nicht aufgeschrieben, das machen wir einfach so aus dem FF jetzt gerade. Weil wir so gut sind. Ja, vielleicht. So, dann der Michael Douglas, der kennt ja auch jeder. Da brauchen wir, glaube ich, nichts zu erklären. Wall Street. Hollywood-Veteran. Veteran, genau. Verheiratet mit Catherine Zeta-Jones. Habe ich übrigens gelesen, dass. Und Michelle Pfeiffer noch. Dass er. Michelle Pfeiffer. Ja, gleich. Ich wollte noch zu Michael Douglas was erzählen. Der wollte, hat irgendwie vorgeschlagen, seine Frau als die Jane Van Dyke zu, Jane Van Dyne zu besetzen. Also im ersten Teil schon. Ja. Ist aber nichts geworden. Und. Echt? Ja. Okay. Das war es eigentlich schon. Nichts und. Gerade ein Spoiler-Teil. Ah, okay. Verstehe. Verstehe. Geheimnis. Ja. Und natürlich Michelle Catwoman Pfeiffer. Ja. Oh ja, Catwoman. Beste Catwoman ever. Ja. Die war super in der, also nicht nur in dieser Rolle. Kennst du noch, kannst du dich noch an Schatten der Wahrheit erinnern? Ja. Aber das ist schon ewig her. Ja, krasser Thriller. Ja. Der war, war der nicht vom. Kannst du dich an Grease 2 erinnern? Nein. Ich mag doch sehr viel mehr nicht. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich den jetzt genannt. Aber Schatten der Wahrheit war echt ein, also Harrison Ford. Da war er doch der Böse, oder? War der nicht vom The Mac is? Keine Ahnung. Schatten der Wahrheit. Weiß ich nicht. War vor allem ein geiler, ein toller Thriller. Ja. Die ganzen 90er Filme. Das war so ein typischer 90er Film, oder? Ja, Michelle Pfeiffer war generell so ganz stark in den 90ern verortet. Hatte doch auch Dangerous Minds gespielt, die Lehrerin. Und hatte damals so einen Höhenflug. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nichts mehr macht, aber sie ist schon so ein bisschen aus dem Fokus. Ich meine, das ist wieder, glaube ich, oder ich habe, das Gefühl, da gibt es so eine Hollywood-Tendenz einfach. Also es gibt nicht wenig Frauen, die sich dann, die sich im Alter einfach so halten in dieser Liga einfach. Wo ich sage, okay, zum Beispiel, also das ist jetzt eines von vielen Beispielen, Meg Ryan. Was macht die? Nix mehr. Also die war halt süß und hübsch. Ja. Und schauspielerisch, naja. Und ich glaube, du musst in Hollywood schon echt was drauf haben als Frau, um in Würde altern zu können und entsprechende Rollen noch zu kriegen. Das kann eine Streeper, das kann eine Frances McDormand sein. Ja. Das kann eine, wie heißt die, die immer Königin Elisabeth spielt. Die Cate Blanchett? Ja, die auch, aber die meine ich jetzt nicht. Ja, aber die Helen Mirren. Helen Mirren, auch die, die M spielt vom Bond. Wie hieß sie denn? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Aber es gibt halt, es gibt halt ein paar so Frauen, die kennt man und die, die dürfen auch alt werden, ja. Und dann gibt es halt welche, die verschwinden in dem Moment, wo sie halt nicht mehr so hübsch sind, plötzlich von der Bildfläche. Ja. Ob das jetzt tatsächlich mangelndem Talent geschuldet ist oder halt einfach der Maschinerie Hollywood, das können wir nicht. Aber sie hat schon auch, also wenn ich jetzt gerade hier nochmal bei der Michelle Pfeiffer nochmal nachschaue, also so arg vom Schuss ist sie gar nicht weg. Ich habe gesagt, aus meiner. Ja, ja, aber die ist, die hat fast jedes Jahr oder hat die jetzt Filme gemacht, also. Wir haben sie ja zufälligerweise genau einen Tag vor gestern, also am Samstagabend gesehen im. Mother. In Mother. Ja, über den wir uns jetzt nicht äußern werden an der Stelle, aber wäre, hätten wir in dem Kino gesehen, wäre das ein interessanter Podcast geworden. Ja, absolut. Ja, dann bist du mit. Ich bin durch. Dann sind wir mit unseren Fakten eigentlich durch. Ja. Dann lese ich den Pressetext vor. Ich kann dich schon mal warnen, der ist kurz und prägnant. Man könnte auch sagen, beschissen. Wieso? Macht ich bereit für ein fantastisches Abenteuer. Wenn es so losgeht. Ant-Man kommt zurück und diesmal ist er nicht allein. Gemeinsam mit Superheldin Wasp begibt er sich auf eine spektakuläre neue Mission, die sie mitten hinein in ein gewaltiges Marvel-Abenteuer mit aufsehenerregenden Spezialeffekten, großartigem Humor und bahnbrechenden Action-Szenen führt. Nee. Ende. Da habe ich schon gar keine Lust mehr anzugucken. Das ist der offizielle Text von der Disney Ant-Man und the Wasp-Seite. Ich glaube, die haben echt Angst gehabt, dass kein Mensch den Film anschauen will. Also das Geile ist ja, ich versuche ja immer, ich gehe eigentlich immer auf die Homepage vom Vertrieb, vom deutschen Vertrieb und kopiere mir den Pressetext, um ihn hier vorzulesen. Und normalerweise ist es so, dass du diesen Text dann halt auf diversen anderen Plattformen wiederfindest. Also halt, was weiß ich, bei Kino.de, bei Filmstarts.de, auf Cineplex und Cinemax.de, also bei den Kinos. Hier war dieser Text anscheinend allen so zu doof, dass halt immer eine andere Inhaltsangabe zu finden ist. Das war schon auffällig. Ja, verständlich. Ja, das ist halt an Marketing, reißerischem Marketing, bla bla, glaube ich, bislang das Doofste, was ich gelegen habe. Ja, vor allem, eigentlich hat Disney ja sowas gar nicht nötig. Aber ich glaube, die haben, da müsste ich jetzt vorgreifen. Naja, ich sage nichts. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal über unsere ersten Eindrücke, beziehungsweise wie war denn so deine Erwartungshaltung oder unsere Erwartungshaltung? Ja, der arme Film hat es halt echt schwer, weil wir haben ja dann gestern auch gesagt, bevor wir ins Kino gegangen sind, also wenn wir jetzt Mission Impossible schauen könnten, dann wäre uns das eigentlich auch lieber. Also die Vorfreude ist halt immens auf Mission Impossible, den wir jetzt auch am Donnerstag endlich sehen werden. Und Ant-Man läuft jetzt halt, der ist ja jetzt aber auch früher angelaute, wer hätte eigentlich früher anlaufen sollen, ist jetzt noch mal ein paar Wochen nach hinten verschoben worden. Wahrscheinlich auch wegen der WM und so. Und ja, klar, ich meine, natürlich freue ich mich auf jeden neuen Marvel-Film, aber das war jetzt, vielleicht lag es auch an den Trailern, keine Ahnung. Sag doch mal, wie hat dir denn der Erste gefallen? Der Erste mochte ich sehr. Um das einzuordnen. Ja, also ich mochte ihn sehr, er hat viel Spaß gemacht. Und ja, und deswegen war mir das klar, dass mir jetzt der auch gefallen wird und deswegen freue ich mich auch drauf. Aber wie gesagt, also allein das, was man halt im Vorfeld gesehen hat, also an dem Trailer war jetzt halt nicht so, du dachtest halt so, oh mein Gott, ich flipp gleich aus oder so. Deswegen. Waren ein paar nette Einfälle im Trailer, wo du es wieder sagst, Trailer ist halt bei uns wieder so ein rotes Tuch immer, immer wieder aufs Neue. Und ich fand den Trailer jetzt nicht unsagbar oder unsäglich schlecht, so wie viele andere. Er war aber auch nicht irgendwie so berauschend. Nein. Und wie es sich herausstellen sollte, hat er ein paar echt coole Szenen schon vorweggenommen. Und das fand ich auch so ein bisschen schade, weil sie sich durchaus so im Höhepunkt des Films auch abspielen, wo du dann halt einfach nur darauf wartest. Aber ja, ich habe mich, ich habe dem natürlich, ich habe dem Film nicht entgegen gefiebert, aber ich habe mich gefreut, dass wir ihn jetzt gucken konnten. Und so hat eben die Vorfreude von Mission Impossible alles so ein bisschen überschattet. Ja, das stimmt. Genau. Ja, und wie war denn dann so unser … Unser? Ja, es gibt ja nur mehr Unser. Okay, ich weiß. Ja, ich sage ja, wenn, ich sage jetzt einfach immer Unser, wenn ich weiß, dass wir uns auf der Ebene ja schon, also ich weiß, dass wir da gleich … Ja, bei meiner Meinung sind. Genau. Okay. Und wie war denn so unser erster Eindruck nach dem Verlassen? Ja, ich glaube, aber du warst da ein bisschen besser drauf wie ich. Also ich war ja sehr enttäuscht. Echt? Warst du wirklich sehr enttäuscht? Ich hatte gar nicht den Eindruck, ja? Doch. Also ich war schon ein bisschen sauer. Du warst so ein bisschen angepisst, ja? Ja, ich war angepisst. Punkt. Punkt. Und nein, ich war nicht angepisst, aber es gibt, glaube ich, keinen deutschen Ausdruck für dieses Underwhelming, also für unterwältigt. Ja. Also ich weiß nicht, wie man sonst vielleicht … Überwältigt, unterwältigt. Ja, ich sage halt jetzt unterwältigt, weil es trifft das Ganze ziemlich gut. Gut, was jetzt irgendwie suggeriert, uns hätte der Film nicht gefallen, sondern ich glaube einfach, dass … Wir sind enttäuscht einfach. Ja, von Teilen davon. Ja, die Story. Die Story ist einfach, nennen wir das Kind beim Namen. Ja, die Story ist einfach dünn. Also hauchdünn. Ja, also da kannst du durchschauen. Ja, und zwar, genau, die kannst du viermal falten, kannst du immer noch durchschauen. Ja, genau, also da ist halt nix mit Charme. Nein. Also was, vielleicht fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Er ist lustig. Er ist wahnsinnig witzig. Er macht schon Spaß. Ja. Er macht Spaß. Er ist wahnsinnig witzig, es ist kein Gag dabei, der nicht sitzt. Blöd ist, ja. Es ist wieder diese Konstellation an dieses Team um Paul Rudd funktioniert. Die drei sind einfach zuvor. Michael Pena ist super. Paul Rudd hat einfach, ist ein toller, toller Schauspieler im Sinne von, also mit einem komödiantischen Talent. Die Chemie zwischen ihm und seiner Filmtochter ist echt süß. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, Michael Douglas ist Michael Douglas. Das Evangeline Lilly macht sich echt gut als die Wespe. und es gibt ein paar echt coole Einfälle, die sich über den Film hinweg verteilen, aber das Ganze wird halt zusammengehalten, also ganz dürftig zusammengehalten von einer überkonstruierten Geschichte, wo ich echt nicht, also die halt emotional null mitnimmt. Null. Ich glaube nicht mal, dass es denen ihre Aufgabe, also die wollten nicht mal, dass das emotional mitnimmt. Ansonsten müssen die nochmal irgendwie in die Drehbuchschule gehen, weil das ist ja, da hat ja nichts darauf hingezielt, dass das emotional einen mitnimmt. Nee. Also, dass du da irgendwie mit Hope und ihrem Vater da mitfieberst oder so, gar nicht überhaupt. Ja, ich glaube, um was konkrete Story-Elemente, die können wir ja, glaube ich, sowieso nur im Spoiler-Teil besprechen. Ja. Aber, um es jetzt mal so ganz allgemein, so allgemein wie möglich, es ist halt schon, also wir sind jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass jeder Marvel-Film immer groß und bombastisch und a la, also Infinity War ist bislang sowieso nicht zu toppen und ich will jetzt auch nicht, dass jeder Marvel-Film so ist. Nein, muss ja auch gar nicht. Muss überhaupt nicht. Ich fand ja auch schon Teil 1, der war süß, also so klein wie sein Protagonist. mit einer, mit einer, ja, mit einer schönen, kleinen, persönlichen Story, wo es mal nicht um Weltall und die Welt retten geht. Genau. Und das haben sie versucht zu reproduzieren irgendwie. Ja, in dem Sinne haben sie ja das Drehbuch auch geschrieben, also soll halt wieder was Kleines, Feines sein, aber naja, sie haben es versucht. Hat uns jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht so. Aber deswegen auch dieser Pressetext. Ja, wahrscheinlich. Weil die haben den auch gesehen und dann so, oh shit, hey. Also erstens mal. Aber jetzt können wir nicht nochmal weiterdrehen, also. Weil ich glaube, das muss irgendjemandem auch aufgefallen sein, dass das halt so ein bisschen hauchdünn ist. Erstens mal, glaube ich, kannst du da jetzt das zentrale Story-Element jetzt nicht preisgeben, ohne, ohne zu spoilern, würde ich sagen. Und dann, ja, trotzdem kann man das, ja, der Pressetext ist so nicht sagen, wie die Story halt eigentlich ist. Also du hast vollkommen recht. Eigentlich ist es so, dass man nichts anderes beschreiben kann, wenn man nicht spoilern will. Dann kommt so ein Text da hier oben. Ja, wahrscheinlich. Aber was ich mich dann immer wundere, ist, wenn so ein Regisseur wie der Peyton Reed, der ja im Vorfeld den Einsatz schon gemacht hat und ja auch ein anderes Team hatte mit diesem, dass die dann halt auch immer, ich weiß jetzt nicht, wie viele die immer mitreden können, aber wenn ich jetzt als, wenn ich er gewesen wäre und ich hätte dieses, diese, dieses Skript dann gelesen, hätte ich gedacht so, hu, ich weiß nicht, ey, können wir da nicht noch irgendwas machen? Das war ja so, hä? Ja, also wie gesagt, das ist so, also die Geschichte oder der Film, das ist so wie ein Fastfood-Menü irgendwie so. Nein, nicht mal. Nicht mal? Nein, Deadpool war Fastfood. Das ist so, das Potenzial halt einfach verschenkt. Das ist so, wenn ich halt, ich will halt ein Fünf-Gänge-Menü machen und serviere die ganze Zeit Pommes halt. Aber es ist halt, ich finde es halt schade, schade wegen der Figuren, weil ich die echt mag und es liegt jetzt nicht an den Schauspielern. Also das sollte man, glaube ich, mal ganz deutlich hervorheben und bitte jetzt auch nicht falsch verstehen, ich glaube, wir können dann eben auch nicht niemanden madig machen. Nee, 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 wir wollen jetzt vor dem Spoiler-Teil, glaube ich, kann man eh schon zu so einer Art Fazit kommen. Der Film macht Spaß und er macht so viel Spaß, dass ich stellenweise Tränen gelacht habe. Aber da, wo die Chromik nachlässt, kommen diese Lücken zutage und dann wird es halt schnell mal gehen, ja. Ja, vielleicht merken manche das dann auch gar nicht, vielleicht. Ja, dazu ist das Tempo. Insgesamt nicht hoch genug. Also dazu sind, sie haben zwar immer wieder so Action-Stücke drin, aber dazwischen, immer wenn sie ernst werden, merkst du ganz deutlich, okay, okay, bitte nächster Gag, nächste Befolgungsjagd, nächste Action-Sequenz bitte. Ja, aber so habe ich eigentlich jetzt nicht gedacht. Nein, so weiß. Ja, ja, schon klar. Also, Empfehlung, yes or no, ja or nein? Ja, weil er halt Spaß macht. Ich meine, man kann natürlich auch jetzt in Mama Mia gehen, aber dann kann man auch. Seht ihr halt keinen Marvel-Film. Ja, genau, dann seht ihr halt keinen Marvel-Film, wobei es jetzt halt, wie gesagt, jetzt wird es halt schwierig. Ich meine, ich habe heute schon auch gelesen und zwar, also die deutschen Kinos ächzen ja genauso unter dieser Hitze wie alle anderen ja auch und er hat zwar die, die, jetzt ist er zwar auf Platz 1 der Kino-Charts, aber Mama Mia hat halt deutlich mehr Besucher und das ist halt, ich meine, da passt natürlich, bei so einem Wetter Mama Mia 2 anzugucken, das ist es natürlich perfekt. Also, ich meine, gegen so einen kommt, aber wenn man halt kein ABBA-Fan ist, dann kann man sich den natürlich anschauen. Oder kein Musical-Film-Fan. Oder wenn man halt auch Tom Cruise nicht mag, weil das ist jetzt halt einfach eine Hausmarke. Der kommt jetzt am Donnerstag und dann ist eh vorbei. Dann ist, glaube ich, vorbei. Dann haben aber alle abgeschissen, glaube ich mal. Ja, ich würde auch sagen, es ist eine Empfehlung für Marvel-Fans, es ist eine Empfehlung für Leute, die den ersten Teil mochten, erwartet aber jetzt bitte keine großartige Steigerung, also in puncto Story sowieso nicht. Oder zu Avengers erwartet da auch keine Steigerung. Ja, auf Gottes Willen, nein. Ich glaube, nee, nee, also auf gar keinen Fall. Nein. Und ja, wir werden uns, also ich habe mir ein paar Sachen da so gedanklich notiert, wenn es um die Verortung geht von diesem Film jetzt auch im MCU. Also was spielt der denn jetzt überhaupt noch für eine Rolle? Da gibt es ja auch schon ein paar Andeutungen. Aber lasst euch gesagt sein, das ist jetzt, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine geistige Verschnaufspause im MCU. Ja, vielleicht haben sie das auch gebraucht. Wo man wirklich ein paar Mal herzlich lachen kann und sich gut unterhält, aber hinterher rausgeht und sagt, okay, wo gehen wir jetzt zum Essen hin? Ja, ja. Dann würde ich sagen, hauen wir unseren Spoiler-Alarm rein. Ist denn, meine Frage, ist denn eigentlich die Michelle Pfeiffer auf dem Poster? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, ist sie. Okay. Ist das im Trailer? Kommt das da auch schon durch? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, jetzt können wir ja mal mit diesem zentralen Story-Element sprechen und das fand ich halt auch schon so Banane. Ja, ist so. Das zählt, die zentrale, wie sagt man, der Beweggrund unserer Helden oder der Antrieb soll sein. Wie heißt dieses, das ist doch dieser Koffer, wie dieser Koffer in Palprix? So, McGuffin. McGuffin, ja. Nee, das zentrale ist ja kein McGuffin, es hat ja, also es gibt ja eine Auflösung. McGuffin ist ja was, was nie aufgelöst wird. Ach so. Aber das zentrale Element soll sein, Hank Pym und seine Tochter, die auch mit am Poster sind da, sind auf der Suche nach der Jane. Is it Jane? Nein. Ähm, Moment. Van Dijn? Nach, ja, nach halt, nach ihrer Mutter, so. Janet. Janet, nicht Jane. Genau, nach der Janet Van Dijn, gespielt von Michelle Pfeiffer, sind auf der Suche, die ja, wie man im ersten Teil schon erfahren hat, irgendwo im subatomaren Quantenraum verschollen ist. Die hat sich halt irgendwie bei so einer Rettungsaktion so stark verkleinert, dass es kein Zurück mehr gab für sich. Genau, also um in diese Rakete reinzukommen, ist sie halt ganz klein geworden und hat dann in diesem kleinen Zustand diese Rakete dann halt entschärft. Genau. Und jetzt passieren zwei Dinge, gleich zu Anfang des Films, die mich schon mal tierisch abgenervt haben. Weißt du, wie ich bin, wenn man mir Dinge erklärt, anstatt sie mir zu zeigen und da kommt so ein kurzer Prolog, nenne ich es jetzt fast. Der wirkt schon fast, ist aber gar nicht zum restlichen Film dazugehört. Der einfach nochmal genau die gleiche Geschichte erzählt vom ersten Teil. Das ist nochmal mit der Rakete und nochmal für den letzten Idioten, der den ersten Teil nicht gesehen hat. Vor allem halt, das ist, also lasst euch da jetzt nicht, also man ist einfach ein bisschen irritiert, weil, also ich denke mal, dass das in vielen anderen Kinos auch so sein wird. Und zwar Trailer, Trailer, Trailer und Bums geht der Film los. Also es gibt kein, kein, ja kein Logo oder irgendwie so, der Film geht halt einfach los. Und dann kommt halt einfach diese Anfangssequenz halt wieder, wo das Ganze nochmal erklärt wird. Verjüngten, also es wird schon ergänzt um ein paar Szenen. Ja, ja, wie halt, wie sich die verabschieden von ihrer Tochter. Mit digital verblüffend gut verjüngten Hauptdarstellern. Aber, dass die halt auch immer, was ich dann immer, ich meine, es ist schon, die Technik wird schon immer besser. Aber ich denke mir dann immer so, wieso muss man denn jetzt eine Szene schreiben? Manchmal denke ich mir, schreiben die diese Szenen mit diesen eben am Computer verjüngten älteren Darstellern, dass sie das machen dürfen? So quasi, hey, wir brauchen jetzt eine Szene wieder, dass wir die Darsteller verjüngen dürfen. Ich meine, sie werden, sie werden, sie werden, sie werden, sie werden, sie werden. Wieso muss das immer so geschrieben werden? Ich meine, ich glaube, sie schreiben es halt jetzt, sowas schreibt sich halt leichter in dem Wissen, dass man es machen kann. Ansonsten würden sie es natürlich vermeiden, meiden wie der Teufel des Weihwassers. Oder sie würden halt jemanden einsetzen, der ihn ähnlich sieht. Aber gerade bei Darstellern wie Michelle Pfeiffer oder Michael Douglas weiß ja jeder, wie die ausgesehen haben, als jung waren. Die sind ja alle noch irgendwo präsent. Naja, diese Eingangssequenz, die hat mich schon mal vollkommen irritiert, weil die war so plump, die war so aufgesetzt und es war halt einfach so furchtbar. Ja, vor allem halt. Also ich meine, es ist ja, in den amerikanischen Filmen ist ja immer so, dass die Mütter oder oft ein Kosewort für ihre Kinder dann haben. Und die Michelle Pfeiffer hat halt zu Lilly immer gesagt, Jelly Bean. Und das hat sie halt also so oft gesagt. Also das war halt jedes Mal Jelly Bean, Jelly Bean, Jelly Bean. Und ich denke mir nur so, ist ja gut jetzt. Genau wie der Paul Rudd dann zu seiner ja immer. Ja, aber da ist es süß. Ja, was mich dann gleich zur Wiedergutmachung bringt, weil dann nach dieser Sequenz gleich so eine ganz schöne, süße, fantasievolle, liebevolle Vater-Tochter-Sequenz kommt, wo er ja unter Hausarrest stehend nach den Ereignissen in Deutschland Civil War, wo er ja… Zwei Jahre Hausarrest. Zwei Jahre Hausarrest. Das ist ja voll übertrieben. Und ja, er hat hier da so ein Abenteuerparcours gebastelt aus Kartonagen und er spielt halt irgendwie… Das war schon ein bisschen so ein Indianer-Abenteuer nach. Indianer-Jones-mäßig. Ja, das war voll lieb. Ja. Und da erfährt man halt nebenbei, dass seine ehemaligen oder immer noch Compagnons so eine Sicherheitsfirma gegründet haben, wo er schon quasi einen Platz, für ihn schon einen Platz reserviert ist, wenn er denn jetzt dann in wenigen Tagen, wie man erfährt, aus diesem Hausarrest entlassen wird. Und dann kommt auch so eine Deus Ex-Machine, also so diese Verbindung. Also es ist ja so, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sich der Hank Pym und die Hope Van Dyne ja relativ von ihm distanziert haben, weil er ja… Ja, er hat ja Scheiß gebaut. Er hat, ohne ihnen Bescheid zu sagen, hat er sich da von Captain America rekrutieren lassen, hat auch noch Hanks Anzug mitgenommen, ist halt erwischt worden. Jetzt sind sie auf der Flucht. Ja. Weil all die Technologie halt von ihm stammt und seine Tochter halt mit ihm. So. Und der Grund, weswegen die wieder zusammenfinden, ist, fand ich halt, Asuka Gaga… Ist ja… Jetzt, pass auf, ob ich das noch hinkriege. Ant-Man, also Scott Lang, war ja im ersten Teil mal kurz in diesem subatomaren Quantenraum, als er sich so… verkleinert hat, um was zu tun, weiß ich nicht mehr. Ich weiß im Endkampf was. Im Endkampf und dann war auch seine Tochter in der Nähe. Genau, und das war so ein Moment, wo man halt wirklich, ja, emotional kommt er da wieder… Hat er sie nicht so verkleinert, um den Anzug, glaube ich, von einem Bösewicht irgendwie kaputt zu machen? Kaputt zu machen, genau. Irgendwie so, ja, genau. Ebenfalls schrumpfter und schrumpfter und angeblich, und das kommt jetzt neu hinzu, hat er sich da… Verkettet. Quantentechnisch mit der Janet van Dyne verschränkt oder so. Ja, irgendwie so, ja. So. Weil sie zufälligerweise sich da getroffen haben. Genau, also, nee, sie haben sich ja nicht angesichts… von angesichts zu angesichts… Doch, ich glaube, er hat sie kurz gesehen. Kam aber im ersten Teil gar nicht vor. Ja, kam mir auch nicht vor, aber da kam es jetzt halt vor. Jetzt haben sie es halt dazu geschrieben, weil es dann passt. Ja, und er träumt davon. Naja, weil… Die diesen Tunnel angeschmissen haben, diesen Quantentunnel. Also, falls man das Wort Quanten und Quantenphysik und überhaupt nicht mag, ja, dann wird es schwierig bei ihm. Ja, aber er nimmt das ja selber aufs Quanten. Ja, genau. Wie sagt er das nochmal? Ja, er sagt eben im zweiten Satz… Irgendwas mit Quanten. Er sagt ja irgendwas mit Quanten. Ja, genau. Das kommt sehr oft vor. Ja, und dann bauen sie halt diesen Tunnel, um ihre Mutter zu holen. Genau, der Hank Pym und seine Tochter bauen diesen… Quantentunnel. Was? Whatever, ja? Ja, irgendwas. Warum… Irgendwas mit Tunnel und Quanten. Warum verkleinern sie sich nicht einfach selbst? Also, wieso verkleinern sie nicht einfach ihr… Dieses… Sie können auch alles mittlerweile verkleinern und vergrößern, wie sie wollen. Warum verkleinern sie nicht einfach das U-Boot so, wie sie alles andere verkleinern? Warum braucht es da diesen Tunnel? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, aber wir sind ja auch keine Quantenphysiker. Hätten wir nur diesen Regulator rausnehmen müssen und dann wären sie geschrumpft. Naja, egal. Ich bin einfach nicht so klug wie die. Nein, sind wir nicht. Jedenfalls, während sie diesen Tunnel das erste Mal in Betrieb nehmen, träumt der Paul Rudd von Janet van Dijn und ruft dann halt mittels geheimem Handy, das er vom FBI versteckt, bei denen an und sagt denen, hey, ich habe von deiner Ollen geträumt. Ja. Und das ist dann der Grund, warum sie wieder auf ihn zu gehen und sagen, hey, du hast von meiner Frau geträumt. Jetzt such sie uns. Jetzt such, such. Ja, genau. Jetzt weißt du, wo die sie ist. Ja, also ihr merkt schon, wir haben uns echt schwer getan, diese arg schwer konstruierte Geschichte da. Ja. Ich meine, wenn sie da mal beieinander sind, sind sie beieinander, aber das so, oh, Schmerz. Ja, vor allem halt, ich meine, die Hope, die ist ja auch sauer, weil der Scott sie ja auch nicht gefragt hat, so hey, Captain America braucht mich, hast du Bock mitzukommen? War ja anscheinend, weil sie da ist, ja auch sauer. Ja. Und irgendwie sind alle sauer, aber es ist halt so, es wird halt, diese Säure wird schwerer gemacht, als sie eigentlich ist und es ist irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Naja, soll dann ja auch irgendwie, hatte ich so den Eindruck, dann während des Films vermittelt werden, wie sie sich wieder einander annähern, das kommt aber auch in keiner Weise rüber. Also sie ist nie so sauer, dass du sagst, da gibt es jetzt irgendwelche unüberbrückbaren Differenzen, sie erreicht einfach nur ein, zwei lustige Sprüche und schon sind sie wieder gut, also das ist jetzt wirklich nett. Ja, wobei der Hank, dem seine Rolle ist halt so, prinzipiell. Weiß eh keiner was und mögen tut er eh niemanden, also das ist aber seine Rolle. Und dann wird dieser ganze Film einfach zerrissen an der Stelle und zwar, jetzt pass auf, also da kommt ja noch ein weiterer Player ins Spiel, dieser Walton Goggins, weil die brauchen für diesen Quantentunnel noch irgendein ganz wichtiges Teil. Irgendeine Platine oder so? Naja, und das können sie aber erst, also das fand ich auch so krass, sie wissen ja, dass Gott längst steht und der Hausherriss. Das FBI rückt an, wenn er nur seinen Fuß irgendwie über die Grundstücksgrenze hält mit seiner Fußfessel. Und jetzt holen sie ihn, bevor sie dieses Teil beschaffen, zu dem sie es eigentlich zu ihm gar nicht brauchen. Also sie müssen sich von irgendeinem Schwarzmarktpendler… Sie holen ihn doch vorher schon. Ja eben. Ja ja, aber nicht wegen diesem, das läuft glaube ich parallel, das hat damit nichts zu tun. Die holen ihn ja, weil… Aber warum holen sie ihn denn schon? … um ihn ins Labor zu holen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht gab es dann halt… Die brauchen ihn ja noch gar nicht. Vielleicht haben sie ihn geholt und dann gab es die SMS, ich hab deinen Scheiß. Naja, egal. Jedenfalls müssen sie halt mit so einem Schwarzmarkt-Tech-Händler Geschäfte machen, um die Teile zu bekommen, weil sie sind ja untergetaucht, weil sie ja verfolgt werden vom FBI. Und dann haben sie halt einen Scott Lang dabei und da tritt halt die Wasp erstmal in Aktion, was ich sehr cool fand. Ja. Und dann hast du jetzt plötzlich diesen komischen Gangster alias Walton Goggins, der halt plötzlich Interesse an dem entwickelt, was sie da eigentlich machen. Ja, und kommt da nicht auch Ghost das erste Mal? Ja, genau. Dann taucht Ghost auf, die ein cooles Outfit hat und das war's dann. Mhm. Die sich irgendwie so quantentechnisch verschieben kann, sodass sie durch Materie durch… Ja, ich glaube, sie existiert ja eigentlich gar nicht mehr. Sie ist ja auf verschiedenen Ebenen, deswegen kann sie ja auch nichts greifen oder man kann sie nicht greifen oder was weiß ich was. Ja, dann… Auf jeden Fall ist es höhere Quantenphysik. Genau, die klaut dann das Labor, das sie ja verkleinern können, dieses Haus. Ja, das ist jetzt auch schwierig, weil das Labor wird sehr oft geklaut. Ja, das wird oft geklaut von vielen Leuten, aber da wird es das erste Mal geklaut. Ja, dann wollen sie ja dieses Labor finden. Dann fragen sie einen alten Freund vom Hank Pym, wie man das denn am besten machen könnte. Und das ist der Martin Lawrence. Das ist der, der… Nicht der Martin, der Lawrence Wischmann. Martin Lawrence hat schon… Wisch das? Shit. Oh Mann. Bad Boys. Ah, stimmt. Naja, Bad Boys, Bad Boys. Ebenfalls hat der… So, die können sich aber eigentlich nicht leiden. Dann stellt sich raus… Dann finden sie das. Dann stellt sich aber raus, dass der Lawrence Fishburne und der Ghost eigentlich zusammengehören, weil der Lawrence Fishburne sie unter seine Fittiche genommen hat, um ihr zu helfen. Weil ein ehemaliger Kollege vom Hank Pym… Ein Shield-Agent. Äh, quasi, ja, Experimentik, den der Hank Pym gefeuert hat, irgendwie weiter experimentiert hat und dabei seine Tochter halt, ähm, Quanten verschoben wurde. Wie? Also, das ist so Gaga. Ja. Und an den Haaren herbeigezogen. Alles, um das nochmal zusammenzufassen. Du hast jetzt Hank Pym, Scott Lang und Hope Van Dyne als ein Team, plus die drei Jungs vom Sicherheitsservice, wenn man die zusammenzähmelt. Dann hast du FBI, die auch immer wieder aufkreuzen. Dann hast du Walton Goggins, der auch noch mit dem FBI verbandelt ist, weil er dort einen Informanten hat. Und dem seine Gang. Dann hast du den Ghost. Ich sag nur Wahrheitssicherung. Wahrheitssicherung. Und dann hast du den Lawrence Fishburne, der ja auch irgendwie so dazwischen steckt. Und das alles, es hört sich nicht nur chaotisch an, es wirkt auch genauso. Glück habe ich ihn schon gesehen, weil jetzt wäre ich schon ausgestiegen. Ja. Es ist nicht so kompliziert. Mein Hirn macht schon wieder winke, winke. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Nein, aber... Aber es ist so, du hast keinen... Es hat so ein bisschen was von Screwball-Komödie, weil dieses halt so da und da und dann passiert das wieder und dann müssen die da hin und da hin. Und ja, wäre es nur eine Komödie, dann wäre es, glaube ich, auch ganz lustig. Und dann verzeiht man, bei solchen Filmen verzeiht man ja auch die dünne Geschichte. Aber, naja, bei so einem Film halt nicht so. Ja, und dann haben sie... Also was ich mochte ist, dass sie halt schon dieses Spiel mit Groß und Klein, das haben sie jetzt schon ziemlich perfektioniert. Ja. Also die Einfälle, die da eingeflossen sind, die waren echt cool. Ein paar davon leider schon im Trailer verheizt. Aber so diese Verfolgungsjagd am Schluss, die an sich wieder sehr aufgesetzt wirkt, muss man auch sagen, aber cool ist. Sie ist halt auch lustig, ja. Sie ist lustig, sie ist cool, aber sie ist halt einfach so, okay, und jetzt Verfolgungsjagd? Weil wir haben da ein paar coole Einfälle, was man alles mit Autos machen könnte, wenn man sie größer oder kleiner macht. Ich glaube, das fällt mir jetzt gerade so ein, weil das spielt ja in San Francisco, oder? So, also, was ist die coolste Verfolgungsjagd, wie es in San Francisco gibt? Mit dieser Tram? Nein, also welcher Film? Bullet? Nein, ich glaube nicht, dass Bullet in San Francisco spielt, in San Francisco. Aber lustig, ich meine, das ist ja Is Was Dog, weißt du noch? Ja, 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 ja. Und irgendwie musste ich jetzt gerade an diese Verfolgungsjagd denken. Ah, okay. Ich glaube, die haben sich den wahrscheinlich vorher angeschaut. Ja, stimmt, irgendwie schon, so bergab. Naja, jedenfalls haben sie doch, es wirkt halt, also wie gesagt, so diese Actionsequenzen, die wirken an sich alle cool, also die sind cool choreografiert, wird dieses größer, kleiner Ding, das haben sie echt raus. Es wird immer garniert mit einem lustigen Spruch und der, also ich fand ja der lustigste, also mein persönliches Highlight war ja wieder mal Michael Peña. Diejenigen unter euch, die den ersten Teil gesehen haben, die wissen ja, dass der Michael Peña also redet wie ein Wasserfall und dann halt, ich sag mal, leicht, dezent ausgeschmückte Geschichten erzählt, die man halt in Rückblenden sieht, in denen aber dann alle Figuren seine Stimme haben und auch sein Gebaren, also seine Gestik und Mimik und diesmal erzählt er halt eine Geschichte über Scott Lang und die Hope von Dine und es ist brüllend komisch. Also ich habe Tränen gelacht in dieser Sequenz. Ich glaube ich nicht, aber ich habe auch gelacht. Allein wegen dieser, weiß ich nicht, zwei Minuten mag ich den Film. Die Figuren sind halt einfach toll. Leider hat man ihnen halt eine sehr schwache. Ich finde es auch schade, weil eigentlich gerade die Gang um Paul Rudd und so, die sind einem halt auch schon so ans Herz, auch so David, der Smell schon als Kurt. Baba Yagov. Genau. Der halt mit Ghost irgendwie seinen russischen Geist gesehen hat oder so und genau und die andere Ecke halt aber auch mit Hank Pym und Pym und Hope, die sind so irgendwie unterkühlt. Also da schaffen sie es irgendwie nicht, denen ein bisschen Wärme einzuhauchen. Ja, das ist ja. Also die sind coole Charaktere, aber die wachsen einem nicht so ans Herz. Also erstens mal scheint ja durch diese ganzen Ex-Kollegen und Ex-Zöglinge, die man jetzt so kennengelernt hat vom Hank Pym, eher ein ziemlicher Arsch zu sein. Ja, voll. Die typische Wissenschaftler halt. Und irgendwie fehlt es auch dieser Beziehung von der Hope oder halt ihm zu seiner Frau, also zur Michelle Pfeiffer alias Janet van Leyen, fehlt es am nötigen Gewicht. Also sie schaffen es nicht, da irgendwie so ein Gewicht zu verleihen, dass es dich kümmert, dass die die finden. Ja, das ist dir so egal. Das ist dir so wurscht. Ja. Und deswegen funktioniert es auch nicht als Hauptantrieb. Das stimmt. Und deswegen ist es halt so ein luftleeres Plotvehikel, das einfach die Figuren einfach so ein bisschen voranbringt. Ja. Gab es denn, hast du eine Lieblingssequenz? War schon ziemlich das Ende, gell? Also die Verfolgung sagt, war schon ziemlich cool. Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal den Ant-Man mit dem Laster, den er als Roller benutzt. Das ist schon sehr cool. Und ja, ich stehe halt auf so Slapstick-Zeug und halt, genau. Das war eigentlich schon so ein Highlight. Und natürlich die Hope als Wasp ist halt einfach cool. Also der Anzug ist cool, sie ist cool, wie sie kämpft. Und das ist halt einfach eine tolle Figur, wo jetzt auch hier wieder neu eingeführt worden ist. Und ja, aber man auch hier wieder schade, weil der Film irgendwie es nicht schafft, sie als Figur einem näher zu bringen. Also man weiß jetzt von ihr genauso viel wie von vorher. Sie ist halt die Tochter dieses ecozentrischen Wissenschaftlers. Und ja, ich glaube, sie findet den Ant-Man auch ziemlich cool. Und vielleicht werden sie mal ein Paar. Und aber mehr. Und sie vermisst ihre Mutter. Sie haben ja schon rumgemacht. Ja, sie haben ja schon rumgemacht. Und ja, mehr weißt du auch nicht von ihr. Und dass sie auch halt Wissenschaftlern ist. Und sie auch sehr oft das Wort Quanten in den Mund nimmt. Genau. Aber das ist halt schade irgendwie, dass einem so die Figuren werden einfach nicht schön erzählt. Und das ist, da ist dann halt wieder dieses, okay, wir wollen einen lustigen Film machen. Und ich glaube, das war so, okay, Jungs, wir machen einen lustigen Film jetzt. Und das war so das Credo. Ja, und vor allen Dingen der Titel. Vielleicht haben sie es sogar auf dem Flipchart geschrieben. Ja. Der Titel war halt auch irreführend, weil Ant-Man and the Wasp ist so nicht richtig. Es ist Ant-Man and the Wasp, and the FBI, and Ant-Mans Daughter, and the other guys, and the ghost, and Laurence Fishburne. Ja, und das Ant-Man ist viel zu wenig. Genau, es ist kein Ant-Man-Film. Ja, es ist kein Ant-Man-Film. Eigentlich ist es, wenn man es wohlwollend formulieren wollte, ist es ein Ensemble-Film. Ant-Man-Ensemble, genau. Ja, es ist ein Ensemble-Film. Und so der strahlende Held dieses Films ist nicht Ant-Man. Nein, leider nicht. Er ist tatsächlich… Aber er kann drüber stehen. Ja, er ist halt… Er schmunzelt sich so durch. Genau, er ist ein ausreichend selbstironischer Charakter. Und deswegen fühlt sich das nicht so schlimm an, wie es sich jetzt anhört, dass der jetzt nicht im Mittelpunkt steht. Aber das war schon auffällig, dass ich gesagt habe, okay, also der ist jetzt nicht mehr so im Mittelpunkt dieser Geschichte. Und dazu haben sie auch viel zu viele künstliche… viel zu viele Handlungsstränge da drin. Nein. Ja, weiß auch nicht. Wobei, so viele waren das ja auch gar nicht, weil sonst wäre die Geschichte nicht so dünn, wenn es zu viele gewesen wären. Aber es ist halt… Nee. Egal, keine Ahnung. Ja, lassen wir uns doch nochmal kurz über die Einordnung sprechen von… Ja, von dem Universum. Genau, also wir wissen ja… MCU. MCU. Wir wissen ja, dass das eben irgendwo parallel zu den Ereignissen von Infinity War spielt. Das war mir zumindest im Vorfeld schon bekannt. Und das spielt aber den ganzen Film über keine Rolle, überhaupt keine, bis auf die Post-Credit-Scene. Ja. Und da, als sie halt ihn in diesen Quantenraum schicken, ist ja auch so eine Banane. Also sie, die Janet von… Das ist schon wieder der Anfang. Die Janet von Dein kommt zurück mit irgendeiner Art Superkraft und kann irgendwas auf diese Ghost übertragen, um sie zu heilen. Aber nicht dauerhaft, wir müssen ständig zurück und was Neues holen. Ja, das ist auch so gar geil, weil vor allem halt, wo sie dann die Mutter gerettet hat, ich meine, sie sagen ja noch, die betonen das ja auch noch so, sie war 30 Jahre da unten. Also da unten. Also so, dann denkst du auch mal so, okay, 30 Jahre. Sie hat, ich weiß es nicht, ja, sie ist etwas weißer, also nicht blonder, sondern weißer. Ansonsten trotzdem dezent geschminkt. Gut in Schuss. Was isst man da? Was macht man da? Was macht man da? 30 Jahre. 30 Jahre. Also, dann hat sie irgendwie so ein komisches Schwert oder was das sein soll. Bogen, keine Ahnung. Und es ist so, hä? Also da hätte ja mal der Erklärbär nochmal um die Ecke kommen können. Ne, da war er nicht. Da hat er gerade Urlaub gehabt. Ja, genau. Oder er war im Quantenraum hängen geblieben. Ja, apropos Quantenraum, hä? Also er hängt halt jetzt, Scott Lang hängt im Quantenraum. Ja, das finde ich auch total gaga. Und Janet, Hank und Hope haben sich dank eines Fingerschnipps vom Panos. Hank, Janet, Hope. Hank, Janet, Hope. Hank, Janet, Hope. Hope, Janet, Hank. Haben sich aufgelöst. Ja. Das war jetzt nicht ganz so überraschend und schockierend wie natürlich das Ende von Infinity War. Aber weißt du, was, sorry, was mir jetzt gerade wieder einfällt, was das dann heißt. Im Prinzip müssen die anderen, man kann ja davon ausgehen, dass ein paar Figuren wieder kommen. So, dann kommen die wieder, hoffen wir mal, dass das die richtigen sind. Und dann holen sie ihn ja erst wieder da raus. Das heißt, bei dem nächsten Infinity War, also Avengers, wird der halt auch wieder so eine kleine Pipi-Rolle haben. Weil er die ganze Zeit in diesem Quanten, glaubst du nicht? Angeblich nicht. Also ich habe gelesen, jetzt kommt es nämlich. Ich habe gelesen, dass er eine tragende Rolle spielt, also spielen soll, das ist jetzt rein spekulativ. Und dass man schon Fotos von ihm im Anzug gesehen hat. Und zwar, und jetzt kommt es, Mindfuck, während der Ereignisse in New York, als die, wie sind die, die KAL, die sich außerirdischen New York angegriffen haben. Beim ersten Event ist das. Also ein Zeitsprung. Und jetzt weiß man halt nicht, ob er sich jetzt aus eigenen Stücken, aus dieser Quantenwelt befreien kann. Oder ob er vielleicht dadurch in der Lage ist. Oder, also was denn jetzt dazu führt, das ist jetzt alles nur eine graue Theorie. Aber ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass der auf alle Fälle eine Rolle kriegt, die mehr Gewicht hat. Er ist halt auch, du musst dir auch überlegen. Es gibt ja auch nicht mehr allzu viele, ne? Also es sind ja schon viele von den Avengers und auch den Superhelden einfach verschwunden. Ja, ja. Und er bleibt halt übrig. Und irgendwie, glaube ich, wird er da schon noch sein Röllchen spielen dürfen. Okay. Aber wie auch immer. Also es ist klar, dass dieser Zustand, wie wir ihn ja am Ende von Infinity War vorgefunden haben, so nicht bleiben wird. Ja, das wissen wir auch. Das denken wir uns ja auch. Und da können wir halt jetzt wild spekulieren, was denn dann passieren wird. Was mich zum Ende... Du hast dir noch was notiert? Ja, aber das bringt mich jetzt eigentlich schon zum Ende. Okay. Ich habe ja noch was notiert, das können wir aber im Ausblick erwähnen. Ne, das erwähne ich jetzt, weil eigentlich gehört es nicht zu unserem klassischen Ausblick. Es ist nämlich ein Ausblick ins MCU. Also was erwartet uns jetzt noch im Marvel Cinematic Universe? Es erwartet uns im März 2019 Captain Marvel. mit der Brie Larson. Und ich habe jetzt so ein bisschen gelesen, auch bei der Recherche, dass die, deren Superkraft es ist, sich in alle mögliche Strahlung zu verwandeln. Und dass es ihr in manchen Strahlungsformen auch möglich ist, in Lichtgeschwindigkeit zu reisen und solche Geschichten. Okay. Dann erwartet uns im Mai 2019 der immer noch unbetitelte Nachfolger zu Infinity War. Nachdem es irgendwie dieser Shitstorm losgebrochen ist, als sie angefangen haben, das als Infinity War Teil 1 und Teil 2 zu benennen, haben sie doch dann einen Rückzirr gemacht. Und seitdem heißt Infinity War Teil 2 nicht mehr Infinity War Teil 2, sondern er hat keinen Titel. Super. Also es steht tatsächlich auf der Wikipedia, in der englischen steht immer noch untitled Avengers Movie. Der kommt schon im Mai, also das wird eine ziemlich enge Abfolge. Also März, April, Mai, drei Monate. Und dann im Juli 2019 kommt Spider-Man mit dem tollen Untertitel Far From Home. Der steht schon fest. Okay. Ist jetzt keine ungewöhnliche Schlagzahl. Also die haben bereits in den letzten zwei Jahren begonnen, immer drei Filme rauszuhaben. Ant-Man and the Wasp ist der letzte für dieses Jahr. Ja, leider. Also wir hatten schon zwei, möchte man gar nicht glauben. Ja, gell. Black Panther und Avengers. Ja, das stimmt. Ja, ich würde mir da, eigentlich würde ich mir wünschen, vielleicht trauen sie sich nicht wegen Star Wars, aber dieses Jahr kommt ja keiner mehr. Insofern hätten sie das ruhig ein bisschen entzerren können. Ja, also ich meine, wenn die Qualität stimmt und die Geschichte gut ist, dann kann ich jeden Monat so einen Marvel-Film angucken. Da habe ich gar kein Problem. Im Übrigen war Ant-Man jetzt der 20. Film aus dem Cinematic Universe. Der Ant-Man jetzt. Okay. Der letzte war, also der erste war der zwölfte. Und das ist jetzt der zwanzigte. Krass, oder? Zehn Jahre Marvel, zwanzig Filme. Cool. Wahnsinn. Phase 3 sind wir jetzt. Und der Infinity War Teil 2, Untitled Avengers Movie, wird der krönende Abschluss der Phase 3. Und gibt es dann auch Phase 4? Ja, sicher. Wie die aber aussehen wird. Okay. Ja, es ist ja so gut wie sicher, dass es eine Black Panther-Fortsetzung geben wird. Guardians 3. Dann Black Widow kriegt einen eigenen Film. Black Widow kriegt einen eigenen Film. Mit ziemlicher Sicherheit auch Ding nochmal, Doctor Strange. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, Ding ist ja schon bestätigt, Spider-Man. Ja, da erwartet uns noch einiges. Aber wie das jetzt so insgesamt weitergeht, vor allem halt in Richtung, also wie es mit den Avengers weitergeht. Ich meine, wir können jetzt noch Solo-Filme raushauen, bis zum geht nicht mehr. Ja, aber es gibt ja so viele Avengers-Gruppierungen. Ja, ohnehin. Ich habe, wie gesagt, ich habe da mal nachgelesen. Mir ging es ja nur darum, weil ich eben wusste, dass der Ant mein Gründungsmitglied ist. Dann habe ich so die Historie so ein bisschen durch. Das hat sich ja zigmal geändert. Hulk war, glaube ich, auch bei der Gründung dabei. Jo, dann bleibt uns eigentlich nur ein kurzes, prägnantes Gesamt-Fazit. Ja, also ich bleibe, wenn ihr die Filme mögt und ihr erwartet einen lustigen, unterhaltsamen Film. Ich meine, ihr dürft euch halt an der dünnen Story nicht abschrecken lassen oder nicht ärgern. Aber ich meine, hallo, wenn ihr an diesem Universum interessiert seid, müsst ihr ihn eh schauen. Also da geht kein Weg dran vorbei. Und ob ihr jetzt da ins Kino geht oder im Heimkino, also, aber sehen müsst ihr ihn auf jeden Fall, weil sonst kommt ihr halt einfach nicht mehr mit. Das ist halt so. Ja, und ich glaube, ich meine, da spreche ich, also wir beide sind schon glühende MCU-Fans. Und ich sage, wir haben noch keinen Film erlebt, also auch wenn es mal ein Schwächerer war, wo ich gesagt habe, mein Gott, was war jetzt das für ein Rotz. Noch nie, oder? Nein, auf jeden Fall nicht. Und ich bin halt, wenn ich sage, ich bin enttäuscht, dann, weil ich halt weiß, dass sie es besser können. Ja. Und aber halt alle besser können. Und das ist dann halt so, also gerade der Kevin Feige, dass der halt dann sowas halt absegnet. Ja, wie gesagt, das ist, wie ich schon gesagt habe, die geistige Urlaub im MCU. Das kann sein, ja. Das kann sein, ja. Nach den anstrengenden Strapazen von Infinity War einfach mal so ein bisschen geistiger Leerlauf. Vielleicht war er gerade, sich ein Sandwich holen und hat dann aus Versehen dieses Drehbuch durchgewinkt. Man weiß es nicht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem, kommen wir zum Ende. Ja. Wir freuen uns, wie immer, über jede Art von verbaler oder finanzieller Zuwendung. Wer uns unterstützen oder einfach nur Rückmeldung geben möchte, der kann seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren. Uns eine Nachricht schicken. Uns bei iTunes bewerten. Uns bei Pornoptikum.io empfehlen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon.de einkaufen. Oder uns eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr, wie immer, in den Shownotes dieser und anderen Episoden im Podcast-Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exclamatio.de. Schön. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Haben wir denn schon gesagt, was wir als nächstes schauen? Nein, haben wir nicht. Dann bedanken wir uns noch nicht fürs Zuhören. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden. Aber ich glaube, man hat es rausgehört. Also, falls ihr es noch nicht rausgehört habt oder falls ihr jetzt gerade reinzappt, warum auch immer. Vielleicht, weil ihr irgendwie auch… Kapitelmarken übersprungen. Genau, vielleicht habt ihr ja irgendwie wild auf eurem Handy rumgetippt. Dann werdet ihr erfahren, dass wir jetzt an dieser Woche am Donnerstag in Mission Impossible Fallout gehen. Ganz genau. Und wir freuen uns wie Bolle drauf. Und Podcasten wären wir dann voraussichtlich am Wochenende. Genau. Aber ich glaube, das ist euch eh wurscht, wann wir das machen. Ja. Oder? Aber egal. 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 Ich habe kein Problem damit, älter zu werden. Ich auch nicht. Na gut. Darf ich mich jetzt bedanken? Ja, darfst du. Dann sagen wir jetzt herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Schöne Zeit. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.